hallo zusammen folge 23 projekt schrebergarten was wird heute in der folge sein ich habe ein paar jungpflanzen die ich bekommen habe geholt habe gerade eben vielen dank an den dick und den gerhard hat mich gefreut da war ich gerade außerdem habe ich an einem neuen kasten gebaut für zucchini da bekomme ich auch noch eine bio zucchini und ja das ein oder andere ich werde es einfach zeigen ist der einfachste weg kommt mit wer es verfolgt hat das ist das knoblauch hügelbeet ich habe es heute das erste mal von unkraut befreit und gemulcht wie man sehen kann ansonsten gibt es da nichts weiter zu sagen einfach abwarten geduld haben ich habe mir heute sagen september august august september da die zeit kann ich wohl das erste mal ernten schauen wir einfach wie das wird also das sieht ja ganz viel versprechend auf ich bin jetzt an der stelle wo die bio zucchini rein kommt dafür habe ich grassohn abgetragen das ganze und noch mal umgewühlt und dann frische erde rauf bis zu dem punkt sehen könnte dementsprechend schon beschickt und ja wo ist das ganze links seht ihr die johannisbeersträucher und rechts von mir das mini gewächshaus den rest findet ihr in den anderen videos wer noch nicht weiß wo das ist am besten 20 folge angucken da gibt es einen kompletten garten rundgang in dem video findet ihr auch aufnahmen aus verschiedenen blickwinkeln findet ihr auf jeden fall wieder wer es noch nicht gesehen hat anklicken anschauen es lohnt sich das ist der kasten der zucchini kasten den ich angefangen habe überflüssiges holz wird noch abgesägt dann kommt noch wühlmausdraht dran und damit das ganze dort an ort und stelle gesetzt dann kommt nur noch erde drauf und dann die jungpflanze die zu ja wie schon erwähnt war ich gerade bei dick und gerhard sein verder und habe ein paar pflanzen gekriegt paar jungpflanzen zum einen zucchini gurke jetzt muss ich aufpassen kürbis und zwei tomatenpflänzchen ich habe mich auf jeden fall sehr gefreut dass ich da ein bisschen was abbekommen habe und ja was gab es noch ein beutel mit zwiebeln die kommen auch noch irgendwo rein ja so sieht es aus ich mache jetzt einfach mal weiter und nehme euch mit die pflanzen kommen erst mal ins mini gewächshaus bis sie ihren endgültigen platz gefunden haben mal sehen wir nicht dazu kommen vielleicht schon in diesem video vielleicht im nächsten ihr kriegt das auf jeden fall mit lasst euch überraschen so habe ich mir das vorgestellt da soll der kasten hin das ist natürlich noch ein bisschen niedrig da soll noch erde hin der draht fehlt noch und erdbefüllung fehlt auch noch kommt alles so 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 der zucchini kasten ist jetzt gefüllt mit erde habe noch einiges an nährstoffen reingebracht jungpflanze kann kommen die zwei wollen jetzt noch in den tomatenkasten nämlich einfach los erde holen nährstoffe sind schon genug drin und alles andere seht selbst so 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 Dann habe ich hier noch eine Gurke, die werde ich jetzt hinten noch in die Ecke pflanzen. Dann habe ich hier noch eine Gurke, die ich jetzt noch in die Ecke pflanzen. Dann habe ich hier noch eine Gurke, die ich jetzt noch in die Ecke pflanzen. So, keine Ahnung, ob Mulch Sinn macht. Ich habe es einfach mal gemacht, aus dem Gefühl raus. Mal gucken, wie das später wird. Das war es für heute. Die Folge ist voll. Nächstes Mal geht es wahrscheinlich mit dem Recycling weiter. Ich weiß, das habe ich für diese Woche versprochen. Aber ich werde es nicht vergessen. Es wird kommen. Ich möchte hier den Garten ja auch ordentlich haben. Jetzt werde ich die Pflanzen noch einmal angießen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Lars und tschüss. 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 Tschüss.